Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Siemens baut natürlich unterschiedlichste Lokomotiven, aber diese hier ist eine ganz neue Geschichte, die heißt Dual Mode. Was hat es denn mit dem Begriff Dual Mode auf sich? Dual Mode, wie der Name sagt, ist eine Lokomotive, die in zwei Modi fahren kann. Wir haben also eine klassische Vektor-Diesel-Lok als Basis und haben einen zusätzlichen Stromabnehmer noch installiert, wo wir letztendlich jetzt die Möglichkeit haben, auch mit gleicher Traktionsleistung unter der Oberleitung zu fahren und dadurch Lifecycle-Kosten, sprich Wartungs- und Energiekosten zu sparen, weil einfach ein E-Betrieb deutlich kostengünstiger ist als ein reiner Dieselbetrieb. Muss ich dann jetzt auch den doppelten Preis bezahlen, weil ich kriege ja eigentlich zwei Lokomotiven. Na, das wäre schlecht, wenn das so wäre. Nein, natürlich nicht. Das ist der große Vorteil, also das Delta, der Mehrpreis von dieser Lokomotive, ist im Rahmen von 15 bis 20 Prozent gegenüber einer klassischen Diesel-Lok und somit amortisiert sich dieser Mehrpreis innerhalb von weniger Jahren und sie fahren auch weiterhin sehr kosteneffizient. Und sie macht mich deutlich flexibler, oder? Sie macht einen flexibel, weil ich sowohl in oberleitungsfreien Strecken fahren kann, aber natürlich überall da, wo die Fahrleitung verfügbar ist, mit Fahrleitung fahren kann. Vielen Dank. Bitte, bitte.